Hallo Freunde der Fliegerei und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist mal wieder Donnerstag und somit komme ich zu zwei guten Nachrichten für euch. Die erste, nur noch einen Tag arbeiten, dann ist Wochenende. Die zweite, ich bereiche euch heute mit einem neuen Video. Am vergangenen Samstag bin ich von Risa Göhles nach Thurgau geflogen. Heute möchte ich euch meinen Start in Risa Göhles zeigen. Der Flugplatz Risa Göhles hat eine Besonderheit, denn wenn man zu den Abstellflächen bei der Flugleitung rollen möchte, muss man eine Landstraße kreuzen und wie das Ganze aussieht bzw. wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß beim Anschauen, Film ab! Risa Göhle 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020